hallo und recht herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal bei einer weiteren neuen folge mafia 2 die letzte folge war ein bisschen crazy viele tode haben wir erlitten nur um zu entkommen wir sind schon nicht gesehen oder doch wir werden gejagt ich habe glaube ich granaten in der hand ist nicht cool so jetzt haben wir eine schöne faust jetzt holen wir uns mal ein cooles auto ich glaube wir wollen dich eben zwei folgen outlast genau halt einfach an ja du solltest mal dein auto ja dann geh doch weg von der karre manche also ein bisschen nach autopoletur täte den wagen gut weil eigentlich ist der wagen gar nicht so ungeil aber machen darüber dass sie eingeschaltet hast wie gesagt letzte folge ordentlich tode erlitten ich meine das war die letzte folge ich nehme jetzt gerade wieder komplett neue aufnahmesession auf ich weiß wir werden besucht was eigentlich kein problem darstellt wenn wir jetzt kein habt ihr das gesehen ich war ganz zellen mäßig habe ich diesen drift genommen obwohl ich komplett außer kontrolle war weil ich jetzt im fall gemacht ich werde sofort wieder richtig gesucht worden auf tötungskurs wäre nicht cool weil wir sind ihr seht so weit die pops mich ein bisschen sehen wir bekommen schon direkt das knarren symbol und sobald die mich komplett erfasst haben wissen ich bin das hinter dem steuer ist vorbei dann bin ich richtig auf tötung auch mal nicht wir hoffen jetzt einfach mal dass wir jetzt mal weiter kommen wir haben ja leider unseren geliebten tommy angelo getötet leider also nicht wir eigentlich war das show wir waren nur der fahrer und haben die nachricht übermittelt und show hat es durchgezogen finde ich irgendwie auch gut das wäre richtig makaber gewesen wenn wir hätten ihn töten müssen hätte ich jetzt nicht so geil gefunden und wieder ein auto für sammy gewesen freut mich auf jeden fall dass immer mehr leute zu der playlist macht ja dazu stoßen wirklich weil dieses spiel hat so viel aufmerksamkeit eigentlich auch verdient die story ist geil wirklich habe so viele neue zuschauer mittlerweile bei mafia gewonnen ich hoffe natürlich ihr wisst warum ich mafia 3 dann zocken werde einfach ist das gehört zum kanal dann dazu ich kann ich mache vier vier und irgendwann spielen macht ja drei außen vor lassen ich drücke nicht davon nach vier drei aber ich weiß nicht besser bin ich gucke mir an das game es vielleicht überrascht es mich ja auch jetzt bestimmt nicht aber wir versuchen es einfach mal wir müssen einmal kurz abbiegen wir müssen in der folge bestimmt geld eintreiben wir haben ja richtig geldprobleme dann gucken wir mal was er hat für uns hey vito danke dass du gekommen bist ich wusste auf dich ist verlass was geht's frank hat eine besprechung mit den anderen bossen und hat so gut wie all meine leute als bodyguards abgezogen und ich bräuchte jemand der einen auftrag für mich erledigt derrick die kerne weigern sich immer noch zu arbeiten was wieso wegen dem blaumacher den du gefeuert hast scheiße tja vito dann muss der auftrag warten kannst du uns erst in dieser sache helfen worum geht's denn so ein typ ist eine ganze woche lang nicht zur arbeit erschienen hat krank gefeiert das faules schwein da habe ich das arschloch ausgeschmissen und jetzt machen seine kumpels dicke arme und drohen mit streik aber es dürfte reichen wenn ich mit ein paar leuten anrücke mit denen nicht zu spaßen ist dann kriegen sie es mit der angst und kommen zur raison ich gebe dir 1000 dollar einverstanden klar bei so einer summe sagt ich bestimmt nicht nein prima du musst nur hinter mir stehen und ein gefährliches gesicht machen oder steve abwarten okay abwarten doch nicht so cool alles ganz oft mit diesen die machen mir jetzt keine angst diese wichser haben den arsch wohl sperrangel weit offen das ist nicht das erste mal dass sie mehr schere reihen machen weißt du wie viele es sind drei vier zehn scheiße woher soll ich das wissen ist das wichtig nein aber was sollen wir mit ihnen machen kommt ganz drauf an wie die tarifverhandlungen ablaufen und es reicht wenn ich rede ihr müsst nicht das maul aufreißen und beweisen was für schwachköpfe ihr seid nun was gibt's hier für ein problem freunde wir möchten dass sie big john seinen job wieder geben wer hier eingestellt oder gefeuert wird bestimme einzig und allein ich und ich will ihn nicht mehr sehen mr papalardo haben sie doch ein einsehen er hat familie er braucht die arbeit meine entscheidung steht ich hab's euch doch gesagt ruhig bleiben wir klären das ganz ruhig wir reißen uns tag für tag den arsch für diesen fettsack auf und wenn uns mal was zustößt wird er uns genauso fallen lassen jetzt halt mal die luft an jungchen ich will kein wort mehr über diesen verfluchten faulpelz hören das heißt ihr faulpelz ihm ist eine kiste drauf gefallen während der arbeit verstehen sie das scheiß ding hat ihm beide hände gebrochen das ist sein beschissenes problem nicht meins und jetzt schlag ich vor ihr geht wieder an die arbeit bevor ihr noch ein paar unfälle stattfinden du verdammte drecksau ihr arschgeigen geht mir allmählich schwer auf den sack gewalt führt doch zu nichts runter mit dem waffen wir wollen kein ärger das kommt mir aber ganz anders vor und das könnte dazu führen dass ihr mächtig ärger kriegt wenn ihr keine lust habt euch neue jobs zu suchen dann seid ihr in zehn minuten wieder an der arbeit so sind sie wie du immer nur meckern und jammern vito dann musst du skalett das sohn sein nicht wahr dein alter herr hat mir ganz oft von dir erzählt du siehst ihm ähnlich aber wieso arbeitest du für dieses schwein halt dein dreckiges maul kein wort mehr gar nicht hinhören vito der kerl verzapft nur mist komm gehen wir nur mist dieser dreckskerl hat deinen vater umgebracht vito was die wollen dich doch nur einwickeln der weg hey nimm das ding vor meiner nase weg ihn mal wie dein dad damals als maul ist er hat mit steve einen spaziergang gemacht und steve ist allein zurückgekommen patschnass du sollst die knarre runternehmen was ist mit meinem vater passiert der weg sag mal drehst du jetzt durch glaubst du lieber mir oder ein paar ab sofort arbeitslosen pedern wie lange kennen wir uns schon vito was habe ich nicht alles für dich getan wieso warst du nass tief bist du reingesprungen um ihn zu retten weil er nicht unter wasser bleiben hat eine blöde fresse vito du hast einen eid geschworen ich war dabei unserer familie bist du mehr verpflichtet als deiner leiblichen erzähl das meiner mutter soll ich ihn umnieten nein nicht hier mit dem rechnen wir später ab du enttäuschst mich vito du enttäuschst mich sehr ich werde noch viel mehr tun als dich enttäuschen derrick dein vater nicht jetzt ich muss den kerl erwischen bevor er abhaut hauptsache der elende wichser kriegt sein fett wo hast du die her lass mich mal machen ja korrekt da der schaffsteller getötet zeigen wir dem fett was wir wir sind okay kommt mit männer das scheiß ich sogar auf das heft ist ja kein egel schutter hier aber hier hole ich meine skills anders raus du wirst genauso enden wie dein alter ja glaubst du das ich werde dich so dermaßen aus dem leben zerfetzen du kannst mir so dermaßen ich brauche eine andere waffe ach guck mal hier oh bisschen weiter ok die fliegen wirklich nicht weit war ein felsmuch tot hat mich nicht guck mal du kollege da das problem an sturmgewehr die thompson ist nicht sehr präzise auf entfernung ich hätte gerne eine shotgun bringt überhaupt nichts und dann richten wir das jetzt anders du hast mich getroffen mit der shotgun von da ist klar komm zeig dein hässiges scheiß dricks gesicht hier wir schießen hier komm stört ich glaub mir eins ich werde euch so dermaßen aus dem leben holen ihr habt meinen daddy getötet niemand tötet meinen daddy meine mama war alleine zu hause ich werde euch alle warte du siehst ein bisschen aus wie derrick ne ist das derrick sieht so aus oder oh wo sind hier noch welche sag mal wo hä ok nee du schießt alles klar auch da easy das war doch derrick da eben oder lebt derrick noch nein delta häftchen jetzt nicht ich glaub da lag nämlich eins glaub dass ich das damals da gefunden habe aber ist jetzt egal wir rechnen um so einen vater das ist jetzt viel wichtiger als jedes kleine häftchen und das sag ich ich liebe die häftchen aber heute nicht heute wird blut gesucht wir müssen sterben ah du schließt alles gut oh du machst den größten fehler deines lebens ja den mache ich wenn ich dich leben du drecksschwein wenn wir mit dir fertig sind bist du rattenfutter boah headshot habt ihr gesehen guck mal jetzt lebst nur noch du deine ganze kollegen sind tot alle ah ne nicht alle jetzt aber guck mal jetzt lebst nur noch du du weißt was mit dir passiert wenn das rauskommt glaubst du das was war nachter aber falsch drauf wie ich werd meinen vater gleich wiedersehen ich glaube wir schicken dich nein und hier wieder ooooo alles gut ne tür mal oh danke dir du hast mich gut in die deckung geholt komm zeig dich mal oh Kollege alles gut ich hab dir nie getraut vom ersten moment an nicht ne komm derrick warte mal für ihn haben wir doch ne schöne granate ich glaub ihn haben wir aus dem leben gefetzt finde ich schön das ist so heftig ey thompson ist nicht genau das große du lebst nur schön ein schuss ist halt anders mit diesem faden kreuz als du jetzt bei jedem ego shooter spiel kannst du nicht vergleichen komm mal her und dort du ein toter verräter ist ein guter verräter derrick ne das ist steve derrick ist der fettsack ne das ist steve hallo steve das ist derrick ja derrick guck mal jetzt holen wir mal die pistole boah habt ihr das gesehen aus der entfernung one shot in your face der hölle finde ich gut aber jetzt machen wir mal was anderes jetzt gehen wir mal kurz hier hin hier erstmal schön hier hoch wenn wir mit dir fertig sind bist du rattenfutter ah die trifft mich ne Gott sei dank nicht bitte nicht du wirst hier sterben genau wie dein vater ich sehe den fettsack nicht aber wir haben einen guten spot gerade auch wenn ich ihn nicht sehe scheiße was glaubst du vito verdammt du glaubst du kannst du was durchziehen und dann einfach davon spazieren so bitte nein 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 er war von hinten dieses kleine stück scheiße war da vorne die chancen stehen 50 50 zeigen wir dem fettsack wer wir sind ok komm mit männer das ist erstmal mit einer granate richten ich hab keine ahnung warum die gerade da gehörzt ist weil jetzt haben wir kurzen prozess hier halt da der du auch das war extra aber ich weiß das klappt nicht in dem spiel kannst du nicht äh vor pressen so easy die chancen stehen 50 50 zeigen wir dem fettsack wer wir sind ok keine chance ok gut beruhigen nochmal weitermachen die chancen stehen 50 50 zeigen wir dem fettsack wer wir sind ok kommt mit männer headshot das ist wahnsinn jungs haltet euch raus bitte kommt allein zurück ein paar waffen mehr schaden vorwärts hito headshot headshot ja ja dann komm du mal wenn du das glaubst ich hab dir nie getraut und jetzt momentan ja ja warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal und rein da jörg jetzt schon in seine hубe schießen und headshot und headshot und headshot nicht ganz und du ein stück scheiße trist nicht ja klar von dahin jetzt zeigt dein scheißes liches gesicht in diese grafik hier das ich habe mein pc leider definitiv nicht gut hier gesetzt herr komm zeig dein gesicht ach da ernsthaft ob der weg ab wie steve ist auch tot perfekt muss einmal kurz auf die leiche pissen das geht gar nicht so delta cool einmal kurz hier hin du wirst hier sterben genau wie dein vater ist gar nicht cool das ist nicht ich habe ein problem ich bin gleich wieder tot okay was ist mein problem hier die chancen stehen 50 50 zeigen wir dem fett wir haben richtig probleme hier das ist wahnsinnig wir geben dir deckung und zeig dich bitte ich habe dir nie getraut vom ersten moment an nicht wir machen das jetzt so souverän ich zeig euch das jetzt das problem ist ihr seht wie schnell man hier stirbt das ist das große problem an den game und schau das wie gesagt ich weiß dass wir schaden von den modotow cocktails bekommen das ist mir alles bewusst sobald wir uns aber da raus bewegen haben wir folgendes problem die schießen uns sowas von der massen ab nein hier seht ihr auch mein fadenkreuz ist nicht easy ich glaube alles cool ich glaube wir haben schon aufgeräumt okay guck mal machen wir handgranaten moves handgranaten moves handgranaten moves auf es was heißt es 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 Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. So, wo ist Derek? Gut. Der Apfel fehlt nicht weit vom Stamm, Herr Vito. Ja komm, zeig dich mal an. Oh, den wirst du leider gut. Du weißt, was mit dir passiert, wenn das rauskommt? Zack, 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 zack. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Was glaubst du, Vito, verdammt? Du glaubst, du kannst sowas durchziehen und dann einfach davon spazieren? Du bist am Arsch. Ich glaube, das waren gute Hits. Gute, gute. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Und dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Immer, wenn wir eins gelernt haben in der Mafia-Szene, immer nochmal zwei Schüsse in den Kopf. Einfach, um auch nochmal sicher zu gehen. Er ist tot, das wissen wir. Aber in Mafia 1 haben wir es gelernt. Immer noch einen zusätzlichen Kopfschuss. Mindestens zwei. Wir haben Geld. Wow, ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Damit haben wir die Schulden geklärt. Wir kommen jetzt allein klar. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Ich habe euch geholfen. Ihr habt keine Probleme mehr. Ihr habt nicht mehr so einen Arschloch als Chef. Ich würde mir Danke sagen. Das war aber stabil. Das war aber ziemlich stressig. So, warte mal. Wir haben doch jetzt das Geld, oder nicht? Info? Oder brauchen wir noch weiter Geld? Ach, für die, ne? Es fehlen ein paar Tacken. Interessant. Was machen wir denn jetzt? Giuseppe. Können wir da nochmal Geld verdienen? Wie war denn das nochmal? Autos schrotten, ne? Ja, fahren wir da lang. Können wir machen. Können wir... Speichern geht ja so gar nicht, ne? Aber er wird gespeichert haben, gehe ich mal von aus. Okay, dann fahren wir erstmal Auto schrotten. Wir haben hier direkt schon ein Auto am Start. Dann müssen wir halt ein paar Stück schrotten. Aber wir werden immer noch gesucht. Warte mal. Ne, 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 ne. Aber ne, ich bin nicht in Anzug. Wir müssen die Klamotten tauschen. Ja. Du hast mich sofort erkannt. Verstanden. Kein Ernst? Das macht es nicht einfach, Leute. Aber egal. Aber er weiß jetzt mein Auto. Oh, der kommt jetzt. Äh, äh, äh. Oder nicht? Gut, die haben mich nicht sofort gesehen. Aber es ist krass, wenn die ein... Wenn die das Gesicht sehen. Sofort vorbei. Ist schon crazy. Der schießt sofort. Ei. Ja, ist nicht toll. Aber ich will eigentlich erstmal sofort lean. Weil ich habe keinen Bock, jetzt einen Anzug zu kaufen. Ja, wir könnten eigentlich auch fahren zu Joe. Uns umziehen. Wäre auch gut. Bitte schnell weg, bevor das auflädt. Ach Gott sei Dank. Aber hier ist Joe. Guck mal, guck mal. Äh, äh, ne. Ist unsere alte Hütte. Oder ist es noch Joes Hütte? Ich bitte nie da drauf. Warte mal. Joe's Hütte. Ja, genau. Ich würde zwar folgendes... Das machen wir jetzt auch. Guck mal. Geh jetzt hier rein. Geh einmal hoch. Wir können gar nicht bei dir rein. Ist das Assi? Oh, nö. Das bedeutet... Ich hasse dich, Joe. Ich will mich bei dir umziehen. Oh, ist das undankbar. Ach, da ist direkt einer. Und der schießt sofort auf uns. Bitte. Fahr mal her. Verdammt! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich weiß, wir müssen eigentlich umkehren. Und einmal schön gedriftet. Nein, 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 nein. Chill. Oh, fahr mich doch direkt um. Aktiv, als er hängt. Halb 8 aus dem Fenster. Macht diesen Manöver. Und der ist cool damit. Kann ich nicht mehr ganz verstehen. Aber ist in Ordnung. Hier denn das Seine? Lass mich einfach nur mein Geld verdienen. Wir müssen uns einmal jetzt da hinfahren. Weil die Sache ist, wenn wir jetzt da sind. Wo speichert das Spiel? Wir haben ja keine Speichermöglichkeit. Wenn ich jetzt das Auto da hinbringe. Schon wieder Kops und die müssen genau in die Richtung. Oh, und der wiegt auch nicht ab. Ah, nee, aber wir sind fast da. Alles cool. Sehr schön. Dann können wir einmal hier. So, jetzt sind wir cool hier. Jetzt bringen wir erstmal das Auto weg. Ich weiß nicht, machen wir das Leben unnötig schwer. Kann man hier in dem Game eigentlich das Auto auf den Kopf auf den Sinn hauen? Das stimmt, oder? Das war ziemlich knapp eben. Guck mal, ich bringe das Auto jetzt hier rein. Aber wir kriegen nämlich Geld dafür. So, dann mal so. Und. Au, ach so. Nee, wir müssen ja selber noch Hand anlegen hier. 421. Oh. Was hast du? Ich glaube, Mike ist kaputt. Mike, bist du kaputt? Weil ich drücke eh mit Mike reden. Aber ich glaube, Mike ist kaputt. Nee, Mike funktioniert nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ne? Ich glaube, Mike hat nie funktioniert. Sag mal, warum hast du jetzt hier kein Auto? Du musst den ganzen Weg laufen, Mike. Aber das ist wirklich jetzt so die Sache, ne? Wir brauchen Geld. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge treiben wir erstmal das schöne Geld ein. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Ich schätze 4, 5 Autos. Und dann schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Ich nehme euch aber auch dabei dann auf jeden Fall mit. Und gehört zum Spiel. Nicht wenig alleine leiden. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Dathano7. Ciao. 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 Ciao.